Wir kommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Top-Spiel Gruppe A zwischen den Peeps aus der USA und aus Russland. Beide Teams trennen sich vor 2.216 Zuschauern mit 4 zu 3. Und wir begrüßen jetzt den Head Coach von Team USA, Ron Rolston und den Assistant Coach von Team Russland, Andrey Arfoyanov. Ich darf recht herzlich neben mir begrüßen zu meiner Linken den Assistant Coach des europäischen Teams, Andrey Pasvenoff, und zu meiner Rechten den Head Coach des Teams der USA, Ron Rolston. Herr Arfoyanov, was Ihr Statement ist? So, es war ein sehr guter Spiel, es war sehr schnell und ich denke, die Leute, die in diesem Spiel, die in diesem Spiel wirklich lieben. So, wir wissen ungefähr wie ein Spiel gegen den US-Team. Und so, ich möchte sagen, dass wir unser Team haben, weil wir in diesem Spiel verloren haben. Und wir haben noch nicht gewonnen, dass wir in diesem Spiel gewonnen haben. Und wir haben noch nicht gewonnen, dass wir in diesem Spiel gewonnen haben. Aber das Team der US-Team war sehr glücklich und war großartig. So, das ist warum wir diese Ergebnisse haben. Vielen Dank. Herr Arfoyanov, bitte. Ja, ich glaube, es war ein tolles Spiel für alle. Also, das ist das Spiel, bitte nicht die coaches, aber das Fans, die wir in der ersten Spiel waren. Und das Spiel war, ich glaube, wir hatten das Moment in den Hockey-Team early auf. Und dann, als die Spiel ging, in der zweiten Hälfte der Spiel, ich glaube, dass Russland took over, mit ihrer Kraft und ihrer Kraft und ihrer Kraft und wirklich, sie mussten uns zurückgehalten. Und, du kannst du in das Hockey-Team, wie wir heute ebensogleichen waren. Obviously, we were fortunate in that last goal, but we scored another face-off goal earlier in the game, and they scored a face-off goal to tie the game. So that's how close it was. It came down to face-offs and both really good teams. And again, I thought it was great for the fans who supported the tournament so well here in Kronchall. Thank you. Thank you very much. Now it's your chance to ask questions to ask questions, please. No questions? Then I'll close the press conference after the last game. I wish you a good night, a good night out of the way and I would like to welcome you again to see you again. Um 19.30 Uhr, between the two teams, Germany and the South Park. Thank you very much. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.